Guten Tag und herzlich willkommen hier von den Checkmasters. Ich bin Florian Fritsch, ihr Gastgeber hier bei den European Tour Productions und mein Kollege Lukas Nemec und ich dürfen Ihnen heute die neuesten Trends von der European Tour zeigen. Lukas, du machst die Einleitung. Hallo erstmal, ich zeige euch jetzt nochmal den klassischen österreichischen Hausmeisterschlag. Was hat es beim Hausmeister auf sich? Es ist ein Lobshot ohne Handgelenk. Er schaut super aus, den kann man aus jeglicher Lage spielen, ist sensationell. Ich zeige euch das, man öffnet das Schlägerblatt, relativ, dass es sehr offen ist, einen breiten Stand und ganz steife Hände, ganz, ganz steife Hände, lange Hände und wir machen einen Rückschwung nur aus den Schultern und wieder durch. Alles klar Lukas, dann zeig mal. Ich werde euch den jetzt einmal zeigen, der neueste Trend auf der Tour. Wichtig, ganz wichtig, lange Hände im Finish. Sehr schön Lukas. Dann sieht man, dass man kein Handgelenk verwendet hat. Super, darf ich dann also übergeben? Natürlich. Und ich zeige dann die zweite Technik des Tages. Was zeigst du uns jetzt Florian? Ja, also wie wir sehen hat der Hausmeisterschlag gewisse Schäden auf dem Golfplatz hinterlassen und so wie die Regelnummer sind, ist es dann manchmal der Fall, dass wenn wir unseren Ball hier finden, müssen wir ihn halt einfach weiterspielen, da kommen wir einfach nicht drum herum. Deswegen habe ich dann einfach mit der Zeit eine Technik entwickelt, wie man aus dieser Lage wieder gut rauskommt. Hier geht es hauptsächlich um Eintreffwinkel. Eintreffwinkel, kurz für die Fortgeschrittenen, ist, wie der Schläger in den Ball reinkommt. So, kommt er von oben rein, wie beim Holzhämmern, das ist ein steiler Attack Angle, Angriffswinkel, Attack Angle, Fachbegriff. Es gibt aber auch einen flachen, das ist eher die Geschichte hier. Hier geht es aber um einen Stein, damit wir einen soliden Kontakt herstellen können. Auch ich spiele hier zu der Blau. Und das hier ist die allerneueste Deep Angle of Attack Treffmoment Technik. Die ist so neu, dass es noch nicht einmal mir gezeigt hat. Das ist jetzt eine ganze Premiere. Wie ihr gesehen habt, ein steiler Eintreffwinkel. Ich habe einen sauberen Ballkontakt hingekriegt. Wie ihr seht, Ball zuerst, dann Boden und ein schönes D-Boot. Richtig. Damit verabschiede ich mich hier von den Checkmasters mit unserem neuesten Lehrvideo. Ein herzliches Dankeschön aus Österreich. Bitte gerne. Oder nach Österreich an Lukas Nemec. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Üben. Ciao.